Ich will nicht schwitzen, guck man! Er hätte ja auch ruhig ein bisschen mit uns reden können. Aber dadurch, dass es anscheinend einfach mal übersprungen worden ist, das ich jetzt relativ schade finde, weil ich hätte den Typen gerne kennengelernt. Oder besser. Das kann ich noch nicht. Ich kann gar nichts zu nutzen. Ja, dann muss ich auch von Mission. Bitte folge mir, ich lasse mir das Geld für dich. Wie bitte? Na, 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 na. Ich geb dir auch kein Geld, oder? Wo bist du gar nicht mehr, oder? Ich will auch immer Geld, Geld, Geld und dann sehe ich es nicht wieder. Nee, 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 nee. Das geht nicht so gut. Na, 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 na. Dann kann es scheißen gehen meinem Freund. Schon wieder? Was ist jetzt schon? Aber weißt du, nur er haben sie erwischt. Er fragt mich sich auch, was da los ist. Uh, ein Zwarer-Haverer. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen. Was? Gibt schon Teil 1 auch. Der Schild. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sieht aus, als würdest du neintos schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Hallo. Der arme kleine Roboter. Der kleine Roboter ist auch kramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieht zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Er hält nicht mehr lang durch. Der tut ja nur so. Der tut ja nur so, der Hund. Oh, schau, ich bring dir das. Es ist... Es ist... Es ist so ein bisschen, aber... Es ist locker. Das hat er kriegt,ăng。 Es ist locker. Und nun nein diese TC.